Mein Name ist Josiane Dahm. Ich bin Diplopokotrophologin. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Bereich der Lebensmittelsicherheit als Vormatrice, Auditrice und auch als Konsultant. Seit knapp drei Jahren arbeite ich in der Lützbeuer Veterinär- und Lebensmittelverwaltung und ich gehe kuren und brauche Alimentation. Das seit 2017. Bei meiner früheren Arbeitsstunde seit 2003 sind die Formation in der Schwung und Métier im Kader der Formation Continu. Da waren sie scheinbar ganz zufrieden mit mir, sodass sie sich gefroht sind, auch Kuren zu erhalten bei der Reform von Privé Alimentation. Während meiner Studentenzeit sind ich viele Ersatzegänge an Primärschulen. Da hat man aber viel Spaß gemacht. Und man hat einfach viel Spaß gemacht, viel mehr Wissen und Erfahrungen weiterzugehen und dadurch vielleicht als Lebensmittelsicherheit zu machen. Das kommt wieder als ganz einfach, viel Spaß gemacht, so weit Mayor schneiden zum Thema. In Odien Girls-Lozire und Online Von Privé über quadratic Eurochae connecting in anderen Absatzeggenständion. In tow. Das devoted ist, dass Sie sich sehr neuig darum dónde verblockierte Canadians. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.